Heyho! Wie man schon im Titel lesen kann, treffe ich mich heute mit Jack Dick Ulland. Das ist saubitzig. Wir kennen uns jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren, irgendwie sowas. Aber ich erzähle euch dazu später mehr. Hier auf der anderen Straßenseite ist das Haus drin, dass ich das gleich einchecke. Und wo es hier auch drin ist. So, jetzt muss ich mal mein Zimmer suchen. 208, 207, 202 ist mein Zimmer. 205, 204. Hier ist 203, dann ist hier 202. Ja, perfekt! So, jetzt bin ich erstmal ganz allein hier im Zimmer. Ich guck jetzt mal, ob ich sie irgendwo finde. Hallo! Thank you! Das sieht voll geil aus! Das sieht voll geil aus! Meine Kamera steht nicht scharf. So, wir sind so ein paar Stunden in der Stadt rumgelaufen, mitten in der Nacht. Das Fischei ist so witzig. Kommt darauf gar nicht klar. Ich kann da mit dieser Kamera. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der mit dieser Kamera nicht filmen kann. Warum? Ich kann das nicht. Nimm mal in die Hand. Nein, ich kann das nicht. Das ist krass. Ich guck aus meiner Hand die ganze Zeit. Wuuu! Nein! Ich will jetzt nicht! Ihhh! Ihhh! Wirkt jetzt ganz schön, wie ich hier sitze und meine letzten Kröten-Finanzen zähle. Wir trennen uns dann ja. Unsere Wege trennen uns schon. Ja. Leider. Gerade erst kennengelernt und schon sind wir wieder weg. Hast du schon Englisch geredet, seitdem du hier bist? Ja, mit dem in der Bank. Ah, es regnet schon wieder. Ich hatte noch nicht einen schönen Tag im Frühling. Soll ich dir helfen? Noch mal was anstatt zu verspannen. Aaaaah! Jetzt sieht es auch noch aus, als wäre ich hilfbereit. Und die Kamera wird nass. Wohin gehst du jetzt? Für Spain. Wo ist denn das? Ich weiß es nicht. Es ist in Australien. Die Böden hier sind so rutschig, wenn es nass ist. Ich bin schon so oft fast hingefallen. Tschadjö! Das ist irgendwann. So, jetzt ist die Ulla auch schon weg. Jetzt habe ich sie noch bis zum Bus gebracht. Jetzt begebe ich mich auch wieder ins Hostel. Also, beziehungsweise, ich muss ein neues Hostel suchen, weil ich bin jetzt hier raus. Und, äh... Ich würde sagen, wenn ich im neuen Hostel angekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis dahin. Adieu. Ciao.